So, weiter geht's. Im Geschäft des Lebens. Wie sieht das aus? Warte mal, dann... Wird ich mal einen Supertrank nutzen? Weil der Playkati soll's ja nicht schlecht gehen. So. Das wäre gut. Das wäre gut. Alter! Gibt's was noch langweiligeres? Das ist doch blöd. Kann ich aber neue holen hier. Was soll denn das? Das ist doch blöd. Ja, natürlich. Tschüss. Auch immer wiedersehen. Und die bringt das nicht mal richtig EP, Alter. Zeigst du mir deine Pokémon noch ganz kurz? Ja? Wenn's denn sein muss. Yeah, Party-Mucke! Boah, ich feier die Kampfs-Mucke. Die feier ich immer. Ich weiß auch nicht. Pokémon-Sammler Edwin und Gitarrist K.A.O. Und möchten kämpfen. Ja. Können so auch werden. Fritzwitz. Ja. Ich hab' jetzt zwei völlig unpassende Pokémon geheilt. Ja. Einmal nehm' ich Psycho und einmal nehm' ich, ähm, Plakati. Boah. Boah. Gut, ich hab'... Söch, mööö! Willst du mich ärgern, oder was? Alter blöder Dreckswichser, ey. Der muss auf jeden Fall weg. Bitte mach's. Biere... Immer. Biere sehr schön. Natürlich. Ich krieg' so'n Face-Bolm, Alter, ey. Ich krieg' so'n Face-Bolm, Alter, ey. Boah. Nu kann ich ja nicht. Weg bist du, Alter! Bödes De-Rex-Hieb! Juhu! Level 20! Das ist ja super! Beppo kann nicht mehr als die Attacken werden. Gesichte? Och nö, muss nicht sein. Achtung 10! Wollsoball! Ein Pokeball mit Gesicht! Tschüss! Na komm! Mach's fällig! Ja, genau! So muss das! Alter, Level 23! Wow! Reflektor! Was war das nochmal? Sorry, ich muss grad gucken! Reflektor! Erzeugt eine Lichtwand! Schützt teilweise vor physischen Attacken! Äh, physischen Angriff! Nö, roll nicht! 105 EP! Planas! Planas! Achso! Auch wenn ich jetzt ein Pok- äh, Feuer-Pokémon hätte! Alter, ganz ehrlich! Dann hätte ich die so nackig gemacht einfach! Das wäre nicht mehr feierlich! Ja, Alter! Oh! 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 Oh, du süßenfertigplay gerade! Oh! 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 Bängel! Ich drehe gleich durch, ey! Oh! Durch der f…. Fuckin' Fotze! Mensch ehrlich! Sorry, Alter! Ich... dreh'ich durch bei sowas! Meine Fresse, ey! Ja, bringt ja nichts. Du musst den Nachtnebel einsetzen. Ja, keine Wirkung, ja. Machstdiensten fertig, mach einen Volltreffer. Super, danke. Alter. Alter, das ist so ekelhaft immer, ey. Ich muss so dringend ein bisschen Pokémon Center, ey. Oder wenn es ein Pokémon-Markt. Als wenn es nichts Schlimmeres gäbe, ne? Scheiß Poké-Neff, Alter. Ich kotze hierhin, ey. Warte mal, ich kann Teleport einsetzen. Das wäre doch nicht schlecht. Jo. Muss ich zwar wieder tausend Kilometer rennen, aber ist egal. Brauch ich. Die Zeit nehme ich mir. Die Zeit nehme ich mir. So, ähm, ich melde mich, wenn ich wieder an der Stelle bin. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Und an derselben Stelle. Und wir machen gleich mal einen Trainerkampf. Oder? Oder machen gleich eine Party. Boah, ich feiere die Mucke echt ab. Doppelkampf. Super. Psycho-Wendlerin und Realid Kirsten möchte kämpfen. Ach, ein Abra. Naja. Pff. 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 Naja. Pff. Pff. Auch blöd, ne? Pff. Pff. Na, von Deli ist halt ganz im Nachteil. Muss die beide einwechseln wieder. Pff. 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 Einmal tauschen. Einmal tauschen. Tauschen. Zigi muss auch die Lämmel nennen. Aber mein Po auch. Nimm mein Po. Den hab ich lieber. Krass. Ja, nee. Ist klar. Ja, nee. Ist klar, Alter. Ja, nee. Ist klar, Alter. Immer. auf die Kleen, ja. Ist Magentilo eigentlich noch von Typ Stahl? Würde mich interessieren. Wieso ist Abra eigentlich nicht verreckt? Ich will das mal wissen. Ist das schon mal weg? Das ist schon mal super. Ich weiß, dass es defektiviert ist. Ja, Alter. Weg ist er. Tschüß! Auf Nimmerwiedersehen. Ja. So kann es gehen. So, jetzt können wir auch mal... Äh, Elixir. Kann ich ja nun mal gar nicht gebrauchen. Blöd. Ja, Schutz wird nicht mehr. Der hat noch gar nichts gebracht. Ganz ehrlich. Der hat null... Der hat null gebracht. War überhaupt nicht. Warum stehen da Fahrräder? Ich kann die doch klauen, Alter. Einfach mal wegnehmen. Die sind weder angekettet noch sonst was. So, jetzt gehe ich wieder zu den anderen. Und dann werde ich den Partner... Also, dann werde ich die besiegen. Und dann werde ich erstmal den Partner... Warte. Äh... Naja, gut. Ein bisschen Geld. Schadet ja nicht. Ja, dann werde ich die anderen hier unten noch besiegen. Und dann... Ja, dann werde ich... Auch mal brauchen. Ist Dings eigentlich... Ja. Der hat dann noch keine ordentlichen Attacken. Das ist ja... Das ist blöd. Das ist doch scheiße. Wenn der eine ordentliche Elektroattacke hätte, ne? Dann könnte er den so fertig machen einfach. Ah. Aber nein. Ich... Dreh gleich durch. Ich kann ihn nur paralysieren, während ich... Das ist doch blöd. Ja, ich hätte trainieren können auf Screen oder so, aber... Mach ich demnächst. Bro, du bist dran. Kannst ihn wieder beißen. Bis da ja so gut drin den Quallen beißen. Ja, die levelt ja auch denn wieder, wa? Das ist ja super. Ja, natürlich. Dein Vater, ey. Jetzt schuldet der Trainer mir 100 Eur... Äh, 100 Pogeldollar, ey. Ganz ehrlich. Und zum Glück ging's daneben, ey. Ganz ehrlich. Jaaa. 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 Willkommen in Level 19. Weil er unbedingt leveln muss. Ähm, werde ich den antauschen. Und... wieder ein anderes Fogelmann eintauschen. Ist nur ne Getausche gerade, aber ich mein... Der muss leveln auf jeden Fall. Und... Das ist blöd. Und... Nicht. Okay, brauche ich jetzt nicht mehr. Hehehehe. Jaaa. Jaaa. Äääähm. Ich muss hier geben, ah. Den muss auch... Den muss auch Mandeln. Das ist schon mal super. Das ist noch besser. Alter, wie dämlich kann man sein. Nein. Er ist schon zweimal wegen Paralyse fehlgeschlagen. Ja tak. Und dann weht der Platscher? Jetzt sag mal... Das... Was? Ich... 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 Ich find da keine Worte für mich. Ganz ehrlich. Wie dämlich muss der Trainer sein. Ganz ehrlich. Alter. Weimer. Nö. Oh, ich geh Pokémon. Mal sehen wie's wird. Mal sehen wie's läuft hier. nicht drauf? Ja, komm. Wieso macht er denn Platscher? Alter, das ist doch... Wozu haben die Entwickler überhaupt Platsche erfunden, wenn es überhaupt keinen Effekt hat? Das will ich mal wissen. Die ist doch unnötig, die Attacke. Ich... Tentacher. Wer Brony vergiftet? Nee, ich mach mal weiter. Ah. Alter, das war dein Todesurteil. Stille. Das gewaltvoll. Ich bin auch fast hier gelevelt. Das ist ja super. 560. Das ist ja mal... Ich muss mich ein bisschen sputen. Langsam. Geh, gebt. Ja, leck mich am Arsch. Das kann dein Vater machen. So, ich geh jetzt nochmal ins Pokémon Center und dann werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Was ja eigentlich schnell geht. So. Gut, Leute. Genug aufgenommen für heute. Und ich werde erstmal sagen... Bis zum nächsten Mal, Leute. Und... Ja, Daumen hoch. Ähm, Abo. Ihr wisst ja, den ganzen Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.